Es ist eines der größten Streitthemen der Bundesliga, Investoren. Und heute soll es mal darum gehen, warum die Bundesliga, um auf lange Sicht wettbewerbsfähig zu bleiben, die Tür für Investoren öffnen muss. Dabei geht es nicht nur darum, international konkurrenzfähig zu bleiben, sondern auch national wieder einen konstant gesunden Wettbewerb in der Spitze zu bekommen. Denkt an der Stelle aber bitte daran, dass es sich hier nur um einen Meinungsbeitrag handelt. Wenn ihr nicht mit mir übereinstimmt, dann ist das völlig in Ordnung. Wir können hier wirklich über alles diskutieren. Ich meine, genau darum geht es ja auch. Aber gut, Fakt ist, egal wie gut das Scouting in der Bundesliga funktioniert, egal wie groß die Talente sind, die hier an Land gezogen werden, sobald diese den Durchbruch geschafft haben oder kurz davor sind, klopfen die Klubs aus dem Ausland, insbesondere der Premier League an. Und dann haben die Vereine keine Chance mehr. Zu hoch sind die Gehälter, die dort gezahlt werden und auch der sportliche Wettbewerb ist in fast allen anderen Top-Ligen wesentlich interessanter. Und sind wir jetzt mal ehrlich, abgesehen davon, dass es hier einige Vereine gibt, die sauber wirtschaften, wir hier natürlich mit die besten Fans der Welt haben, die Bühne an sich ist natürlich auch nicht schlecht. Ich meine, dass ein Verein wie Eintracht Frankfurt letztes Jahr die Europa League geholt hat, das ist ein super Erfolg. Aber das ist leider nur die Ausnahme anstatt die Regel. Und ansonsten bleibt auch wirklich nicht viel übrig, was einem angehenden oder vielleicht sogar gestandenen Star davon überzeugen könnte, in der Bundesliga zu bleiben. Beziehungsweise in der Bundesliga außerhalb von München. Jedes Jahr verliert selbst unsere Nummer 2, der BVB, immer seinen besten Spieler, ohne dabei eine Chance gehabt zu haben, diesen zu halten. Und auch RB Leipzig, wo manche fest damit rechnen, dass diese den Bayern auf kurz oder lang dauerhaft Konkurrenz machen, auch da verliert man nach dieser Saison Stars wie Nkunku, Leymar, Guardiol, Joboslay. Sprich, da wird man auch zur kommenden Saison seine Erfolgsachse verlieren und sich neu erfinden müssen. Bei Leipzig muss man aber natürlich auch fairerweise sagen, dass es eher daran liegt, dass der finanzielle Gewinn im Vordergrund steht. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und natürlich ist es auch so, dass die Ablösesummen in der Regel super lukrativ sind und natürlich kann man damit auch neue Talente einkaufen. Aber es ist ein Teufelskreis, der aktuell nicht durchbrochen werden kann. Und wenn sich nichts grundlegend ändert, auch nicht durchbrochen wird. Es sei denn, man springt über seinen Schatten und öffnet sich für den ohnehin unvermeidlichen Schritt. Ja, die Fanlager protestieren gegen Investoren aufgrund von Traditionsgedanken und gegen den Kommerz. Aber mit Leipzig und Hoffenheim beispielsweise haben wir doch schon zwei Vereine, die pur für Kommerz stehen. Die dem ein oder anderen Traditionsverein auch bereits den Platz streitig gemacht haben. Und das sind ja auch nicht die einzigen, das sind jetzt wie gesagt nur Beispiele. Darüber hinaus ist der BVB eine Aktiengesellschaft. Und auch der FC Bayern hat sich auf der letzten Pressekonferenz nach der Saison selbst als Unternehmen bezeichnet. Was ja auch stimmt. Aber es ist ja offensichtlich, dass der Fußball nun mal schon lange, lange Kommerz ist. Und nur für die Illusion daran, dass es angeblich nicht so ist, darf die Bundesliga nicht zu lange geopfert werden. Zumindest meiner Meinung nach. Jetzt mal ganz im Ernst. Immer wieder ärgern sich Fans darüber, dass ihre gerade neu hervorgebrachten Stars wechseln oder lachen über den BVB-HH-Verkäuferverein. Ja, aber was ist denn die Alternative? Wenn das Geld für wettbewerbsfähige Gehälter überhaupt gar nicht da ist oder auch der sportliche Erfolg gar nicht dauerhaft gewährleistet werden kann, weil man jedes Jahr aufs Neue improvisieren muss. Und es geht ja nicht nur für den BVB, sondern auch für Gladbach, Frankfurt und jeden anderen Verein, der irgendwann mal eine gute Saison gespielt hat. Natürlich lässt sich sowas nicht generell ausschließen, aber hier bei uns ist klar, dass es nicht mal den Hauch einer Chance gibt, da irgendwo im Ansatz mitzuhalten. Das schwächt unsere Teams vor allem international. Aber auch national wird es so niemals auf Dauer einen ausgeglicheneren Wettbewerb in der Spitze geben. Wir haben seit elf Jahren, das muss man sich mal geben, denselben Meister. Und in diesen elf Jahren war es genau zweimal richtig spannend bzw. knapp. Aber selbst da wurde am Ende des Tages wieder derselbe Song gespielt. Natürlich waren das auch Saisons, wo der Kontrahent der Bayern selbst schuld war, darüber müssen wir gar nicht sprechen. Nichtsdestotrotz besteht danach ja kaum eine Chance, es in der nächsten Saison besser zu machen, wenn die nächste Säule schon wieder ersetzt werden muss. Der Vorsprung der Bayern ist einfach so groß, dass dieser niemals eingeholt werden kann. Der Erfolg wird immer größer sein als in allen anderen Vereinen, sodass die Einnahmen auch immer höher und die Sponsoren besser sein werden. Bedenken muss man halt an der Stelle auch, dass nur der FC Bayern Gehälter zahlen kann, die international noch konkurrenzfähig sind. Beim Vizemeister Dortmund geht es ja genau in die andere Richtung. Dort wird gerade akribisch daran gearbeitet, die Gehälter zu senken bzw. leistungsbezogener zu gestalten. Was an sich eine sehr gute Sache ist, aber für Stars wird man dadurch nicht unbedingt attraktiver. Und ich sage es euch wie es ist, er arbeitet hin oder her. Der Wettbewerb leidet extrem darunter. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwie an die Bayern heranzukommen. Und auch für die Bayern selbst ist es ja auch irgendwo blöd, wenn die Meisterschaft von Jahr zu Jahr an Wert verliert. Auch das kann ja am Ende nicht das Ziel der Sache sein. Und was ich besonders schrecklich und absurd finde, ist die Tatsache, dass es teilweise Spieler gibt, die von einem Verein, der Europäisch spielt, in die Premier League zu einem Klub wechseln, der Mittelklasse bis Abstiegskandidat ist. Beispiel Taivo Avonii von Union Berlin zu Nottingham Forest. Marc Flecken von Freiburg zu Brantford. Und da könnte man jetzt noch etliche weitere Namen aufzählen. Entsprechend bleibt wirklich nichts anderes übrig, als über den eigenen Schatten zu springen und großen Investoren den Zugang zur Bundesliga zu ermöglichen. Die Serie A ist da vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Dort hat man sich 2020 geöffnet und die Liga ist auf dem Vormarsch. Sie bietet deutlich mehr Abwechslung als vorher und hat gerade auch, was die internationale Wettbewerbsfähigkeit angeht, deutlich zugelegt. In jedem europäischen Finale war eine italienische Mannschaft dabei. Also die Entwicklung geht in eine absolut positive Richtung. Nicht wie bei uns. Bei uns zeigt die Tendenz eher in die negative Richtung. Selbst die Bayern werden es immer schwerer haben. Und sie haben es ja auch schon ein gutes Stück weit schwerer. Außerdem ist es ja auch so, dass wir wegen Investoren doch nicht aufhören würden, unsere Vereine zu supporten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich klar, dass man sich auch nur auf Investoren einlassen darf, welche sich dem Wohl des Vereins unterordnen. Und wo dann auch ganz klar darauf gesetzt wird, weiterhin so klug wie möglich zu wirtschaften und keine allzu verrückten Experimente durchzuziehen. Wir brauchen nicht darüber sprechen, dass es auch Negativbeispiele gibt, wie zum Beispiel den FC Chelsea. Das ist ohne Frage die reinste Geldverbrennungsanlage. Aber da hat man sich ja auch einen Ahnungslosen an Land gezogen. Auch das muss man an der Stelle berücksichtigen. Und ja, auch in der Bundesliga gab es immer mal wieder den einen oder anderen Investoren, wie jetzt auch bei der Hertha. Aber mal ganz im Ernst, das war auch maximal albern, was man sich da von 0 auf 100 für Ziele gesetzt hat. So soll es natürlich nicht laufen und so kann es nicht laufen. Und ich denke auch, so würde es mehrheitlich nicht laufen. Und ja, auch dass die Spieltage dann noch mehr zerstückelt werden würden, das ist natürlich ein Nachteil, den man nicht wegdiskutieren kann. Aber da muss man dann auch mal schauen, was auf lange Sicht das geringere Übel wäre. International an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren? National immer weniger Abwechslung zu haben? Ich meine, aktuell haben wir einfach gar keine. Oder ist man bereit, Kompromisse einzugehen? Und aus sportlicher Sicht bleibt da eigentlich nur der Kompromiss übrig. Das muss man leider so sagen. Und entsprechend bleibe ich im Großen und Ganzen auch dabei. Die Bundesliga muss sich für Investoren öffnen, um national einen deutlich besseren Wettbewerb in der Spitze zu bieten und international nicht völlig den Anschluss zu verlieren. Beziehungsweise um auch wieder deutlich näher ranzukommen. So Freunde, an der Stelle würde mich jetzt aber natürlich auch eure Meinung zum Thema interessieren. Schreibt mir da unbedingt mal eure Gedanken in die Kommentare. Und ansonsten Freunde, ihr wisst Bescheid, macht's wie immer besser und bleibt am Ball. Und ansonsten Leute, ihr wisst Bescheid. Wie immer besser und seid auch faults das, die Leute zu bieten. Und ansonsten Freunde, ihr wisst Bescheid, macht's wie immer besser und seid. Wie immer besser und seid rebound. Untertitelung des ZDF, 2020